Ja, also ich bin heute für die Radparade dabei, weil in Mannheim, wenn man vorgeben möchte, der schnellste Weg ist mit dem Fahrrad. Es ist am angenehmsten mit dem Fahrrad, vor allem bei solchen Sommertagen wie heute. Und deswegen bin ich heute bei der Radparade dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020